Oh mein Gott, wie sieht das hier aus? Wie sieht das denn hier aus? Ja, an dieser Stelle ein Herzlich Willkommen in dieser schönen, wunderschönen, friedlichen Sims-Welt und der chaotischen Welt. Vor allen Dingen, wie sieht es hier unordentlich aus waschen, kann sie das? So. Okay. Kriegt sie alles weg? Ja, die Maschine ist schon voll, okay. Okay. Was ist denn da oben? Da oben kann ich gar nichts machen, okay. Oh Gott, die Rimmel, was hat die Termine? Sie hat keine Termine gerade. Hausaufgaben, hat sie fertig. Alles klar. Ähm. Ja, ist nicht fertig, lassen wir das mal. Blub, 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 Kontakt, Deploy, damit wir den Telefon einladen. So, wir laden den mal ein. Wir haben hier ein paar Leute in der Liste. Okay. Ähm. Mal schauen, wo ist unser kleiner Vampir? Wo ist das? Ist das der hier? Ja, ne, der ist hier gar nicht dabei, ne? Papier. Ich sehe hier spontan nicht. Wo ist das? Ja, doch, das ist er. Ja, den laden wir mal ein. Komm mal vorbei. Warte. Kommt der jetzt, oder kommt der nicht? Nein, ich kann es. Oh, da ist er schon. Da ist er, kommt der auch schon. Da ist er ja. Den werden wir ja freundlich. Als einziger Freund hier. Mehr Auswahl, das haben wir dann. Da war schöner. Der Müller, der sich dann dahin. Jetzt, geh raus. Und geh dir raus. Geh raus, um den Tag zu verschönern. Naja, gut. Draußen ist aber für ihn nicht so gut. Hä? Was machen die? Okay. Dazu müssen sie extra rausgehen. Das ist interessant. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich habe noch viel. So. Mach den Müller weiter. Ja. Da ist er noch. Das ist einiges. Das ist das. Das ist das. Genau. Das ist nochmal. Ich hoffe, ich habe ihn. Ich hoffe, ich habe ihn. Das ist das. Oh, er ist mir. Krass. Wäsche waschen? Geht immer noch nicht. Er bringt es raus. Naja, lass das machen. Ausweihung und Wäsche zu. Wäsche er bringt es zu. Geht nicht. Ausweihung und Wäsche absetzen. Hm. Mehr kann ich nicht tun. Okay. Tropf, tropf. So, oh, Wäsche machen. Geht nicht. Wäsche ist schon bereits soweit. Das ist mein Problem. Okay. Wo ist er denn? Ach, da. Hm. Mehr Auswahl. Umarmen wir mal. Aber das braucht er. Das sieht so aus, als ob er das braucht. Freundlich. Kann man es anders sein? Hm. Warmkleid, Sportkleidung, Ausgekleidung. Kleidung. Heißes Wetter. Das kann ich über Bier sein. Eigentlich kann das nicht so in der Sonde sein. Was ist das denn hier? Ja. Hm. Das ist ein Kuss. Ich habe ihn da. Welche will ich mir da beenden zu? Jetzt ist es noch ein Plauder. Ziemlich langweilige Folge wäre das. So. Was haben wir denn noch? Fangen wir doch an den Tag. Das ist kein Papier, dass keine Spiegel sehen. Hä? Wo sind die Vampirjungen? Wo waren die Vampirjungen? Was ist denn? Das ist gut. Wie sieht sie denn mit der Mutter aus? Oh, da hat ganz wenig Spaß und wenig Energie. Das sieht ganz scheiße aus. So. Aber du musst hier Wäsche machen. Dann so ausräumen und Wäsche absetzen, ausräumen und Wäsche weglegen. So. Uh, jetzt läuft sie weg. Ach so, begrüße ich, oder was? Ne. Hat sie vor? Die meint sie Hugo sein. Ach so. Was ist denn Hugo? Der ist aber gar nicht da. Okay. Warte mal. Warte mal. Wo war ich noch in der Mültone? so was soll ich und das hier kannst du ein inventar platzieren ich bin schon weg hat der junge krein gezeigt hier auch nicht krass klingt schon wieder unhöflich was ist denn das war da geht er nach hause schon auf schade ok 9 gas guck mal beschimpfen lalalalalala was sie denn? sie ist am essen? ja ist mal schnell neues Opfer zu ärgern ja ja muss auch zu leute ich hab mir das so eingeschlafen, okay, dann kann ich auf die Toilette gehen. Ja, jetzt gibt es hier ja auch noch Scheiße. Dann muss ich auf die Toilette. Ja, ist auch ganz... Ja, 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 ja. Ach, sieh, ich hab mir die falsche Person geklickt, hoppla. Auf Vorbild. Weg jetzt aus. Vielleicht mal einen anderen Fernseher holt das auch schon, ja. Ich kann zeigen, ob wir einen besseren Fernseher leisten und so. Mich näschte der Fernseher eigentlich auch generell. Eigentlich, warte mal, weg. Weg. Hm. Klapparten wegmachen. Ich will das sonst gar nicht mehr. So. Ich nehm beim Filmlaufen, ich hoffe, es stört nicht. Ja, also. Hm. Okay. So, jetzt brauche ich... Sie qualmt auch. Nein, sie macht das Geschirr weg. Im Fernseher, aber im Fernseher brauchen wir. Oh, nur im Fernseher. Weiß ich gar nicht, ob Fernseher so gut ist. Heute brauchen wir da was zum Fördern, ne? Hm. Hm. Dann wir noch passen. Lagerung. Bei der Tonic. Kostet 1.200. Ist auch ganz schön teuer wieder. Das sparen wir erstmal noch ein bisschen. Dann gehen wir mal lieber auf Aktivität und Fähigkeit. Was ist das hier? Aufklapper. Ah, ich meine, okay. Auch interessant. Okay. Interessant. Was ist das? Handgeschosses Schachtisch. Cool. Können wir wohl nicht. Das muss das freigeschaltet werden. Stufe 10 erst. Was ist das? Relax-Massale-Tisch. Hm. Äh. Nichts für Kinder, ne? Nein, zum Moment, äh. Äh. Ja. Mikrofon. Karaoke-Anlage wäre nicht schlecht, ne? Karaoke-Maschine, Herr Amateur. Kostet 1.000 Euro fast. Äh. Äh. DJ-Polt. Oder? Kühlschrank. Hähnchen. Blue-Gitarre. Hm. Das haben wir hier. Karaoke-Maschine etwas größer. Okay. So weit sind wir noch nicht. Was ist das hier? Bühne des Waren Performance. Das ist aber auch erst so lange. Können wir noch nicht. Das ist gesperrt noch. Äh. Ist so einfach. Was ist das? Tanzfläche. Wart für die Zeichentafel. Hm. Das war nix für Kinder. Da ist so hoch, ne? Ähm. Ich denke mal das Piano, glaube ich. Oder hier diese. Karaoke-Maschine. Packen wir die hin? Komm mal. Komm mal. So fährst wir hier. Und dann kommt die Karaoke-Maschine. Komm mal. So hin. So. So. So far. Dann gehen wir mal. In die Ecke hin. So. Schade, dass ich so da hinpasst. So hin. Okay. Irgendwas Dekoratives daneben. Zu groß. Was Kleines. Was Kleines. Was Kleines. Dekoratives. Was Kleines. Was Kleines. Was Kleines. Diese Dinger will ich nicht haben. Wir haben da nix Kleines. Was? Was. Schon ein bisschen nervig. So. Dekor. 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 Was Höheres. Ja. Passt aber nicht. Da hin. Schade. Ne. Passt doch nicht hin. wird hier gemobbt dann doch diese kleine base die passt dahin die ist wieder größer auch doof dann doch diese kleine wasser machen wir so und dann geht es weiter zu sehen wird sind wo du sie aus dass wir sie mussten auch erst mal lernen also ja sie sollte richtig schlafen gehen schlafen da ist noch nicht fertig so losen auf geht beschämt warum beschämt das hört sich nicht besonders über die meister so lösing tschüss kommt schon ich muss die Teller ausbringen wie das so ah sie ist jetzt besser so das hier kann sie auch noch essen Qualität normal hat sich nichts gekocht eigentlich in der Mahlzeit öffnen nichts gekocht dann kann sie danach das hier essen also nach essen okay das machen wir schnell das ist mal den Müll weg so das kannst du noch essen hier haben wir haben hier haben wir schon wieder außerdem können wir es glücklicherweise schon fertig schon kannst du noch nehmen erstmal noch schneller dann weil ich das nicht weiß dann kommen wir uns später drum da nachträgliche dusche da nachträgliche dusche mal schnell jetzt mal wieder denken nachträgliche dusche nachträgliche dusche nachträgliche dusche Die müssen bewahrheitet werden, ne? Findest du schon. Haben wir mal die Outfit. Haben wir ja mal ein Outfit. Kleine Änderung. Kleine Änderung. Oh, wir sind eine Zeit lang. Okay, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao.